Musik Man nennt mich Matt Jack. Musik Wenn ich jemanden gibt, der die wahre Geschichte von James Adams kennt, bin ich es. Also schreibe ich sie auf, wie sie sich zugetragen hat, in der Hoffnung dadurch alles richtig zu stellen. Mein Freund Adams wurde eines Verbrechens beschuldigt, das er nicht begangen hatte. Er floh in die Berge und ließ das Leben, so wie er es bis jetzt gekannt hatte, hinter sich. Nun ist diese Wildnis da draußen kein Ort für ein Greenhorn und seine Überlebenschancen waren ziemlich gering. Es dauerte gar nicht lange, er war total erschöpft und fast am Ende. Etwa um diese Zeit fand er ein Grizzlybär-Junges, das ganz allein und hilflos war. Und Adams wusste, dass dieses kleine Geschöpf ohne seine Hilfe nicht überleben konnte. Er kletterte also die Felsen hinunter und riskierte sein eigenes Leben, um es zu retten. Der kleine Bär schloss sich ihm sofort an. Dann merkte er, dass er wohl eine besondere Gabe im Umgang mit Tieren hatte. Sie kamen zu ihm, als wäre er ein natürlicher Teil der Wildnis. Dieses Bärenjunge jedoch hing ganz besonders an ihn. Als es heranwuchs, wurde es Adams bester Freund, den er jemals hatte. Beide zusammen wurden zu einer Legende. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ich finde, die Berge sind mit das Schönste, was ein Mann sehen kann, wenn er morgens die Augen öffnet. Sie üben einen ganz besonderen Zauber auf einen aus. Naja, kein Wunder, dass Adams sich entschloss, hier zu leben. Ich erinnere mich noch an die Tage, als er zum ersten Mal in die Berge kam, völlig ahnungslos. Kaum, dass er einen Baum von einem Stein unterscheiden konnte. Er hatte allerhand Schwierigkeiten. Ach komm. Aber er gab niemals auf, baute sich auf eine sehr schöne Hütte. Er richtete sich dort ein und lernte das Land und die Tiere kennen. Das war damals um die Zeit, als er den kleinen Robby Cartman und seinen Vater traf. Na, geh rein ins Wasser. Ich habe doch hier noch nie Füchse gesehen. Blut. Blut. Wenn er verletzt ist, ist er wahrscheinlich nicht zu erwart gekommen. Ben! 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 Ben, da ist Blut an dem Fuchsfell. Ich brauche deine Hilfe, um die Fährte zu finden. Lauf zu. Bleib da, bleib zurück. Ich glaube nicht, dass er Bären besonders mag. Hallo, kleiner Freund. Ich tu dir nichts. Na, komm. Komm her. Komm nur, ich tu dir nichts. So ist es brav, mein Kleiner. Ruhig. Ruhig. Deine Gewehrkugel hat dich erwischt. Ich frage mich, ob da nur einer jagt. Oder auf der Suche nach mir ist. Lass mal sehen, ob was gebrochen ist. Halt still, bleib da. Tut sich nicht so an. Schön ruhig bleiben. Versuch mal aufzutreten. Nur ein bisschen. Eine Woche oder so, und dir geht's wieder gut. Na, komm. Immer mit der Ruhe ist ja gut. Das ist nur der alte Ben. An dem wirst du dich gewöhnen. Komm, Ben, gehen wir. Na, komm. Na, deinem Pfoten nachzuurteilen, konntest du nicht mehr weiterlaufen. Noch ein paar Tage, ein bisschen Futter, Wasser und Freunde. Dann geht's dir wieder gut. Ben, du legst dich hin und gibst Ruhe. Ich kann mir vorstellen, dass es nicht leicht für dich war, mit den Beinen was zu fressen zu suchen. Warte, ich geb dir was zu fressen. Na, ruhig. Sei ganz ruhig. Gleich geht's dir besser. So, hier. Ist ein bisschen davon. Mir scheint, als könntest du ein bisschen Wasser vertragen. So, jetzt ist es schon besser, nicht wahr? Wenn mich wirklich jemand sucht, würde ich dem lieber zuvorkommen. Ich würde mich dann sicherer fühlen. Ich hab keine Schüsse gehört. So nah können sie noch nicht sein. Aber wer sie auch sind, sie sind nah genug. Komm, Ben. Wir suchen lieber diesen Jäger, bevor er uns findet. Der kleine Fuchs ist versorgt, bis wir wiederkommen. Wenn da draußen jemand ist, der uns sucht, müssen wir weiterziehen. Das weißt du ja nicht, oder? Bleib da, Ben. Ganz ruhig. Ruhig. Sei still. Hinter den Baum versteckt dich. Der kleine Fuchs ist versorgt, bis wir weiterziehen. Nekoma. 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 Eins lasst euch sagen. Wenn ihr jemals in diesen Bergen etwas sucht, dann hofft darauf, Nekoma zu begegnen. Dieser Indianer kennt jedes Blatt an jedem Baum. Und nicht nur das. Er weiß auch, was sich dahinter oder darin versteckt. Was ist los, Nekoma? Was gibt's? Komm, Ben. Wir sehen mal nach, was da nicht stimmt. Wir sehen mal nach. Wir sehen mal nach. Bis zum nächsten Mal. Die Welt. Wir sehen mal nach. Untertitelung des ZDF, 2020